Hallo Leute, heute mal zu den Verabreichungsformen von Vitamin B12, was es da alles für Möglichkeiten gibt, vor allem für die Leute, die neu in der veganen Szene sind und sich dort informieren möchten, wie man das einnehmen kann, was gibt es da für Möglichkeiten, heute erzähle ich mal alle Möglichkeiten auf. Und zwar, die erste Möglichkeit sind Lutschtabletten. Du kannst dir Lutschtabletten holen, die sind auch, denke ich, ziemlich, ziemlich verbreitet. Du nimmst einfach eine Lutschtablette und lutscht die durch die Mundschleimhaut und den Rest, den du dann runterschluckst, wird das B12 dann aufgenommen. Es ist okay, würde ich sagen, es ist jetzt nicht ideal. Das Problem einfach mit Lutschtabletten ist, dass die Lutschtabletten irgendwelche Säuren haben, irgendwelche Fette haben, irgendwelche Geschmacksrichtungen haben und das ist alles nicht gut. Vor allem diese Säuren, ich hatte auch mal Lutschtabletten, diese alle berühmtesten, die es gibt mit den zig Zusatzstoffen, damals hatte ich leider noch keine Ahnung, fängt mit J an, die Firma und die finde ich ganz, ganz schlimm und da war irgendwas mit Zitronengeschmack oder sowas, da war halt Zitronensäure drin, glaube ich, irgendwie sowas und durch das Lutschen hast du dann diese Zitronensäure im Mund, die sitzt ja im Mund, die lässt du ja im Mund sitzen und dann greift die halt die Zähne an und dann hatte ich immer danach schmerzempfindliche Zähne. Von daher Lutschtabletten, so eine Sache, aber halt trotzdem gut zu wissen, dass es so eine Möglichkeit gibt. Dann gibt es Kaubonbons tatsächlich, also auch verschiedene so Gummis und so kannst du nehmen, Vitamin B12 Gummis, vor allem in Amerika weit verbreitet, hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob man sowas kriegt, aber ich kenne B12 Kaubonbons oder Gummis und das kann man auch machen, ist auch eine Verabreichungsform. Dann die eigentlich meiner Meinung nach beste Verabreichungsform, die es überhaupt gibt, ist natürlich das Spritzen. Du gehst hin und kaufst dir Ampullen so kleine und Nadeln und sprittst dir dann B12 oder lässt dir B12 spritzen, kannst du auch beim Hausarzt machen lassen, ist auch soweit, ich weiß, kostenlos, gehst einfach hin, die spritzen dir das kurz in die Schulter rein und das war's. Muss man irgendwie so einmal im Monat machen, vielleicht sogar noch seltener, weil es halt extrem effektiv ist und das muss halt nicht durch den Magen gehen, ja, dann gibt es ja das Problem mit Intrinsic Factor und den hast du halt nicht mehr, das Problem hast du halt nicht mehr und von daher wird das B12 sehr, sehr gut aufgenommen. Habe ich ja auch mal gemacht, ja, ich habe mir mal auch ein paar Ampullen spritzen lassen und ja, ich habe mich ganz gut dabei gefühlt, war halt übelst aufgedreht, ja, man merkt wirklich, da kommt Energie in den Körper, wenn du das machst. Ich habe ein Video dazu gemacht, B12 Nebenwirkungen, weil an dem Tag, wo ich gespritzt bekommen habe, konnte ich nicht schlafen, ja, die ganze Nacht, ich stand im Bett einfach nur mit aufgerissenen Augen, da war einfach unendlich Energie und am nächsten Tag war ich nicht mal müde, ja, das war das Krasse. Also, B12, harte Sache. Ich habe auch gehört, Sportler machen sowas, die spritzen sich B12 von Wettkampf, weil du halt extremste Energie davon bekommst. Dann der nächste Punkt, Tabletten zum Schlucken gibt es natürlich, einfach ganz normale Tabletten, B12-Tabletten, die sind meistens rötlich, weil B12 ist ja Cobalamin, Cobalamin ist rot, das ist so ein tiefrotes Pulver und es gibt Tabletten, die kannst du dann einfach schlucken, sind ganz effizient. Dann gibt es Kapseln zum Schlucken, die nehme ich aktuell, das ist mein B12, ja, von Vitamineule, das nehme ich aktuell, das sind halt Kapseln, die sind natürlich auch rot, ja, wie gerade gesagt vom Cobalamin und die sind auch ganz effizient, ja, ganz normales Nahrungsergänzungsmittel. Dann gibt es Pflaster, B12-Pflaster für die Haut, da halte ich jetzt nicht viel von, habe ich jetzt noch nie irgendwie gehört, dass das irgendwie gut sein soll oder jemand seinen B12-Spiegel damit angehoben hat, sondern Pflaster, die du dir auf die Haut machst. Aber gibt es auch, ja, auch gut zu wissen, dann der nächste Punkt, Spray in den Mund, gibt es auch, halt Sprühfläschchen, B12-Sprühfläschchen, habe ich auch mal irgendwann ganz, ganz am Anfang promotet, kannst du halt irgendwie einen Sprühstoß am Tag in den Mund und dann hat sich die Sache auch und da das Problem ist auch wegen den Zusatzstoffen, da sind halt irgendwelche Sachen drin, pflanzliches Glycerin und so weiter und irgendwelche Fettsäuren vielleicht, pipapo, deswegen vom Spray auch, ja, kann man zwar machen, vielleicht findet man da irgendein richtig cleanes, aber wäre mir jetzt nicht bekannt, sonst würde ich das vielleicht auch machen. Ich nehme halt die B12-Kapseln, weil die halt am cleansten sind, da sind die allerwenigsten Zusatzstoffe drin, das ist genau B12, Reismehl und Zellulose, deswegen, da sind halt keine Zusatzstoffe drin, einfach das Reismehl, um die Kapsel auszufüllen und ansonsten ist da B12 und die Kapselhülle ist halt aus pflanzlicher Zellulose und weniger geht halt nicht mehr, man kann, weniger geht einfach nicht mehr, von daher nehme ich die Kapseln, weil ich diese ganzen Zusatzstoffe nicht haben möchte, ich werde euch hier auch das Video verlinken über die ganzen schädlichen Zusatzstoffe, da muss man darauf achten, dass nichts davon in irgendwelche, in den Nahrungsergänzungsmitteln drin ist, die man nimmt, ganz, ganz wichtig. Dann der nächste Punkt ist B12-Zahnpasta, gibt es auch, Zahnpasta ist auch effektiv, weil es durch die Mundschleimhaut aufgenommen wird, weil beim Zähneputzen hast du das ja im Mund und dann wird das absorbiert und das ist effektiv, gibt es auch Wissenschaft dazu, da habe ich glaube ich auch ein Video dazu gemacht und die Studie gezeigt, ist auf jeden Fall mega effektiv, zweimal am Tag, morgens, abends und das Thema B12 hat sich einfach nur erledigt, ja. Und werde ich euch vielleicht hier drunter verlinken, so ein Produkt. Und der letzte Punkt sind Nahrungsmittel, du kannst auch mit Nahrungsmittel B12 zu dir nehmen, aber das ist die unsicherste Form, würde ich mal sagen, du kannst hingehen und zum Beispiel Brottrunk kaufen und irgendwelche B12 angereicherten Nahrungsmittel, Sojamilch mit B12 und so weiter und so fort, halt da wo B12 drin ist, das kannst du zu dir nehmen, aber das ist nun mal natürlich die unsicherste Form von allen, weil du nie wirklich weißt, wie viel da drin ist und bei einem B12 Präparat zum Beispiel, da steht ja drauf, wie viel da drin ist und dann weißt du auch, wie viel du zu dir nimmst. Wenn man überhaupt kein Nahrungsergänzungsmittel nimmt und nur Nahrungsmittel, würde ich auf jeden Fall ab und zu wenigstens einmal, alle zwei Jahre oder was einmal testen lassen, wo man mit B12 steht. Da auch ganz wichtig, den richtigen B12 Test machen, nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, ich möchte meinen B12 testen lassen, dann mach den falschen Test, weil der halt keine Ahnung hat, ist halt ein Arzt, eine ausgebildete Ahnungslosigkeit, von daher musst du ihm sagen, du willst einen Holo-TC-Test, Holo-Transcobalamin. Von daher, das ist halt das Speicher B12 und nicht das B12, was einfach nur im Blut kursiert. Von daher, das sind die Einnahmeformen, die es gibt. Ich hoffe, da konnte jeder was draus mitnehmen. Für alle Anfänger, sucht euch da irgendwas aus. Ich empfehle halt Spritzen, die absolute Nummer 1 und ansonsten cleane Kapseln oder Tabletten zu sich nehmen oder Zahnpasta genau, auch mega effektiv und gut. Und ja, dann ist das alles kein Problem. Man braucht sich keine Sorgen zu machen. Der B12-Speicher, der, wenn man auf vegan wechselt, den man sich angegessen hat von den Tierprodukten, der reicht so bis zu 5 Jahre aus. Von daher, du wirst nicht direkt in den B12-Mangel fallen. Aber es ist gut, mal einfach irgendwann mal einen Test zu machen, um zu wissen, wo stehe ich. Habe ich ganz viel B12? Habe ich ganz wenig? Wie sieht mein Speicher B12 aus? Das ist ganz, ganz wichtig, wenigstens einmal testen zu lassen. Kostet 20 Euro oder was. Aber dann hat man die Sicherheit, wo du stehst. Deswegen habe ich das auch mal machen lassen, um zu wissen, wo bin ich? Wo bin ich? Muss ich irgendwie, habe ich ganz viel B12? Muss ich weniger nehmen? Brauche ich gar nicht so viel? Oder habe ich ganz wenig, obwohl ich B12 nehme? Also muss ich mehr nehmen? Ja, so wissen, wo man steht. Zwei Wochen davor B12 absetzen am besten, um dann nicht irgendwie den Wert zu verfälschen. Und ansonsten ist das alles kein Problem. Von daher, Leute, das waren die Einnahmeformen. Sucht euch etwas aus. Ich nehme die Einnahmeformen mit den Kapseln. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, jeder konnte was mitnehmen. Guckt euch ein weiteres Video an. Peace.